Keto Nakamura soll vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt stehen. So berichtet zumindest die österreichische Kronenzeitung, in der es heißt, der Transfer von Nakamura zur SGE soll bereits fix sein. Weiter heißt es, dass er auch seine Wohnung bereits gekündigt haben soll. Bezüglich der Ablöse werden hier noch keine Angaben gemacht, aber bei einem Marktwert von 5 Millionen Euro und Vertrag bis 2025, würde ich hier einfach mal raten und sagen, die Summe könnte so zwischen 6 und 8 Millionen Euro liegen. Aber das ist jetzt natürlich nur eine Schätzung. Die Wahrheit werden wir dann erfahren, wenn das Ganze hier tatsächlich offiziell wird. Kurz noch ein Wort zur Quelle. Die Kronenzeitung ist zwar ein Boulevardmedium, sie gilt in der Regel aber dennoch als gut informiert. Von daher halten sich meine Zweifel in Grenzen. Mit seiner Berateragentur Wassermann steht die SGE ja auch immer mal wieder im Kontakt, alleine wegen Boré und Aronsen. Das Ganze könnte schon passen. Hinzu kommt, dass Nakamura meiner Einschätzung nach auch ins Beuteschema von Eintracht Frankfurt passt. Junger Spieler, großes Potenzial, hat noch nicht allzu viel Aufmerksamkeit erzeugt, ist noch im bezahlbaren Rahmen, könnte in ein paar Jahren mit Gewinn weiterverkauft werden. Aber wer ist Keto Nakamura eigentlich? Nakamura ist 22 Jahre alt, kommt hauptsächlich über links außen, ist rechts Fuß, bringt eine solide Scoringquote von 16 Toren und 8 Vorlagen in 31 Pflichtspiel mit, wobei man hier natürlich auch die österreichische Liga bedenken muss. Die Bundesliga in Deutschland ist da ja natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Nakamura gilt als mannschaftsdienlich, laufstark und bringt eine gute Spielintelligenz mit. Gut möglich, dass die SGE hier, wenn der Bericht denn auch so stimmt, einen sehr guten Fang für die Offensive macht. Einiges deutet ja darauf hin, dass Boré und Lindström gehen könnten, von daher wäre definitiv Platz für Nakamura. Für den Spieler selbst wäre Eintracht Frankfurt und die Bundesliga natürlich auch der nächste logische Schritt, einer der nicht zu groß ist, ich meine er wechselt ja jetzt nicht zu Liverpool oder so, aber vor allem einer, der auch groß genug wäre, um noch weiter auf sich aufmerksam zu machen. Von daher würde ich hier von einem guten Transfer für beide Seiten sprechen. An der Stelle gebe ich jetzt aber auch mal an euch weiter. Keita Nakamura und Eintracht Frankfurt, was haltet ihr davon? Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ansonsten Freunde, ihr wisst Bescheid, macht's wie immer besser und bleibt am Ball.